So, eben haben Sie noch unseren Kölner Hardbody auf dem Vibrations-Laufband gesehen, in unserem tollen 2-in-1-Trainingsgerät, unserem heutigen Mega-Deal. Dem sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Und wenn Sie dann richtig fit sind, wenn Sie schön trainiert haben, dann macht eins natürlich richtig Spaß an den Strand. Und damit beschäftigen wir uns jetzt mit dem Thema Reisen, dann zwar in der Form von unseren Touchlets. Denn das Erste, was Sie einpacken sollten, wenn man eine Reise macht, ist ein Taschencomputer. Denn man kann drauf Filme gucken, Musik hören, man kann navigieren lassen. Aber, vor allem das Wichtige ist, man kann damit vor Ort, und das ist ja das Schöne eben mit unserer SIM-Kartentechnologie, ich kann mir vor Ort zum Beispiel auch aussuchen, welches Restaurant nehme ich denn? Das heißt, der klassische, fragende Gast an der Rezeption, der ungefähr so, wo kann ich denn mal hingehen? Und dann ist man auf den persönlichen Geschmack des Concierges oder der Rezeptionistin angewiesen. Das kann einseitig werden. Und das finde ich toll. Und deswegen fangen wir gleich mal an mit unserem ersten Touchlet. Und da steht es schon, unser SX-7V2. Und das hat's in sich, Kai, oder? Jetzt stellen Sie sich mal vor, oder besser gesagt, wir geben Ihnen mal das Beispiel, wir haben jetzt eine Tour durch Deutschland zu machen. Carsten und ich packen also unsere Koffer. Vielleicht haben Sie unsere Semtech-Sendung auch mit unseren tollen Taschen gesehen. Und dann geht's los. Also, wir brauchen mal Hotels. Wir brauchen natürlich auch die Überlegung, fliegen wir, fahren wir? Was ist günstiger? Wo kriegen wir die ganzen Informationen her? Und da ist unser SX-7V2 der absolute Alleskönner. Denn ich kann nicht nur im Internet nachgucken, was ich denn für Informationen haben will, sondern das Geniale an dem Tablet auch. Ich kann auch sofort in so einem Hotel anrufen. Denn unser SX-7V2, unser Tablet, kann auch telefonieren. Und Carsten guckt jetzt mal beim TripAdvisor, an welchem Tag wir denn jetzt mal loswollen. Und das SX-7V2 hat eben den Vorteil, es ist ein leistungsstarkes Tablet. Es ist aber klein. Es ist ein 7-Zoll-Gerät. Kriege ich also in jede Tasche, in jede Bordtasche auch mit rein. Und dann gibt es tausend Möglichkeiten da zu suchen. TripAdvisor ist für uns jetzt mal die Möglichkeit, sich mal einen Überblick zu machen. Wie sieht's denn aus? Wo kriegen wir denn passende Flüge? Wo sind noch Zimmer frei? Und vor allem liegt das bei uns so auf der Route, dass wir da schnellstmöglichst ankommen. Und das ist eine geniale Sache. Und das finde ich ja zum Beispiel toll. Gucken Sie jetzt mal. Also das wüsste ich schon mal. Aber da möchte ich auf jeden Fall hin. Das merke ich mir. Das ist, oh guck mal hier, das oberste. Das finde ich aber schön. Gucken Sie mal. Da oben. Wir haben jetzt einfach mal ein Reisedatum fiktiv eingegeben. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Wir beide möchten also nach Mallorca. Wir machen Malle. Das ist eine gute Idee. Ab nach Artar. Sag nicht so Malle. Das klingt so ein bisschen... Mallorca. Nordosten. Artar. So, jetzt sage ich, dieses Hotel hier zum Beispiel finde ich toll. Dann sehe ich den Preis und sage, okay, da kann ich mit arbeiten. 165 Euro. Jetzt habe ich einfach die Möglichkeit zu sagen, so, da möchte ich gerne hin. Und das Ganze natürlich, ja, so schnell wie möglich. Kostengünstig wie möglich. Kostengünstig. Dann kommen wir zum Punkt, ich möchte natürlich auch sehen, was drumherum ist. Und das finde ich einfach mal richtig toll. Denn heutzutage gibt es so viele Apps, also diese Mini-Programme, die Sie sich dann kostenlos meistens sogar runterladen können, mit denen Sie dann zum Beispiel gucken können, was ist in der Nähe eben dieses Hotels. Was finde ich zum Beispiel als Restaurant ganz toll? Wo ist ein schöner Strand? Und so weiter und so fort. Und das funktioniert natürlich hier, da wir einen GPS-Sensor drin haben. Perfekt. Wo kriege ich Mieträder her? Wo kann ich mal schön abends essen gehen? Du hast es gerade gesagt. Wo gibt es zum Beispiel jetzt auch Sehenswürdigkeiten? Auf Mallorca gibt es ja traumhaft Weingüter. Kann man auch toll gucken. In der Kombination möchten wir natürlich dann auf Mallorca auch Mietwagen haben. Denn die Insel zu Fuß wäre ein bisschen lang. Das ist ein bisschen groß. Mit dem Auto macht das aber richtig Laune. Dann kriegen Sie hier auch noch natürlich die Option, das zeigen wir Ihnen nachher noch, sogar noch Mietwagen und alles perfekt von vornherein ordern zu können. Und das alles hier über ein paar Klicks von diesem kleinen Gerät. Und wenn ich jetzt im Landesinneren bin, und das ist der Vorteil von dem SX7 V2, dann besorge ich mir auf Mallorca von einem spanischen Mobilfunkanbieter dann auch noch eine SIM-Karte, so eine Prepaid-Karte für 20, 25, 30 Euro, packe die in den zweiten SIM-Kartenschacht, den wir drin haben, mit rein und kann dann nämlich im Landesinneren auch mal kostengünstig telefonieren. Und das ist das Geniale. Carsten zieht jetzt mal gerade auf Google Maps die Insel mal auf. Und da kann man sich auch mal einen Überblick machen. Wo will ich hin? Will ich jetzt in den Süden runter, wo ein bisschen mehr Party ist? Das mag ich in den ruhigen, sehr flachen Osten. Gehe ich im Westen richtig schön ins Gebirge? Gibt es da toll was zu sehen? Da gibt es ja traumhaft schöne Tropfsteinhöhlen auf Mallorca. Das ist echt unglaublich. Wir können es Ihnen wirklich nur empfehlen. Oder gehe ich eben oben in den Norden, sozusagen ins Fahrrad El Dorado. Und ich habe hier alles mal im Überblick. Ich kann mir sofort mal angucken. Wo komme ich vom Flughafen über? Welche Hauptstraße da und dahin? Und wenn Sie dann das Gerät dabei haben, dann können Sie mit unserem SX-7V2 sich sogar in dem Mietwagen auch noch navigieren lassen. Jetzt sehen Sie mal, wie genial heute so ein Tablet-PC ist. Ich habe mit einem Gerät nicht nur vor dem Urlaub startet oder bevor ich unterwegs bin, alle Informationen, die ich mir ziehen will, sondern auch am Ort. Es gibt ja sogenannte QR-Code-Scanner, mit denen ich auch heute tausend Dinge auch mal in einem Schaufenster scannen kann. Wenn ich mir das angucken kann, Kreise etc. Nee, ist nicht wahr. Ja, Montas ist zu. Ich habe nämlich gerade mal ein ganz tolles kleines Restaurant in Cineo eingegeben. Das ist ein wunderbarer kleiner Ort auf Mallorca. Da ist ein berühmter Viehmarkt. Der ist noch heute so, wie er damals ist. Das ist eine wunderschöne Stadt. Wenn Sie mal da sind, fahren Sie auf jeden Fall mal hin. Und jetzt gucken Sie mal. Wenn wir beide jetzt auf dieser Insel wären und da hinfahren würden, würden wir ziemlich lange Nase machen. Dann können Sie natürlich auch genauestens gucken, wie sieht das Restaurant aus. Denn hier sehen Sie dann sofort Internetseite etc. Können Sie sich dann einfach mal angucken. Das gute Stück, was das alles kann, also mobil surfen, telefonieren, mit einer Akkulaufzeit aktiv von bis zu 5 Stunden, gibt es heute im absoluten Sonderangebot. 149,90 Euro. Und vor allem das Schöne ist, wir reden hier natürlich klar von Urlaub. Und bei Urlaub möchte ich natürlich auch schöne Erinnerungen haben. Das heißt, die möchte ich gerne mitnehmen in Form von Fotos. Und deswegen haben wir hier in unserem SX-7V2 auch zwei Kameras verbaut. Also eine in die Richtung, dass wir beide so Fotos machen können. Und dann eine hier oben, da ist sie, dass wir beide uns auch selber fotografieren können. Zack, und schon können wir loslegen. PX 88, 45 und die 569 ist die Bestellnummer für dieses kleine Wunderwerk. Und ich finde es einfach toll, denn wenn man unterwegs ist, dann macht es einfach richtig Spaß damit, eben durch die SIM-Karten. Technologie, nimmst du mal die Finger weg. Jetzt aber mal, gib mal her. Ich will auch mal. Ich wollte doch nur noch mal zeigen. Gucken Sie mal. Das wollte ich Ihnen zum Beispiel noch zeigen. Das ist eben das Schöne. Wenn Sie dann eine SIM-Karte drin haben, dann können Sie wirklich genauestens nachgucken. Gefällt mir das Restaurant oder gefällt mir das Restaurant nicht. Und wenn es Ihnen dann gefallen hat und Sie haben zum Beispiel Fotos gemacht, dann macht es ja richtig Spaß, die ganz stolz zu verschicken. Und dafür macht dann meistens Sinn, eine E-Mail zu tippen. So, jetzt habe ich den Ball, aber so ist man auf 100 Meter wackelig jetzt einfach weitermachen. Ich versenke den. Also, natürlich ist das genial, dass ich dann eben auch eine vernünftige Tastatur dabei habe. Das heißt also, ähnlich arbeiten wie mit einem Laptop. Und da haben wir jetzt eine Tasche für Sie, speziell für unsere Siebenzöller, die auch noch eine komplette Tastatur mit drin hat. Entscheidender Vorteil ist, erstens mal, Sie merken es, die ist bombenfest hier drin. Und zweitens habe ich mit einer Ausstellerfunktion die Möglichkeit, tatsächlich mit einem kleinen Laptop zu arbeiten. Das sind Soft-Tasten, geht fantastisch und normalerweise, kennen Sie das, gehen hier unten auf einem Drittel des Displays, geht die Tastatur auf. Brauche ich nicht. Fehlt immer was. Und dann guckt man meistens so, guck mal diesen hier, so, man guckt rüber über die fiktive Tastatur, die auf dem Display ist und denkt sich, ah, ich sehe es noch. Hier bleibt natürlich das komplette Display da. Und wenn Sie dann ganz stolz statt der Postkarte von früher, wo man dann noch Präsetenbriefmarken draufgeklebt hat, können jetzt Kai und ich dann einfach sagen, wir verschicken mal eben schnell das Foto. Und das finde ich persönlich toll, denn ich habe hier eine Tasche aus Kurzlederoptik mit USB-Tastatur, Lederlook und dann noch die Aufstellerfunktion. Und diese Lasche, die Sie da gerade sehen im Film, die ist auch noch so leicht magnetisch. Das heißt, die Tasche bleibt auch wirklich zu und das Touchlet ist super geschützt. Wenn wir jetzt unterwegs sind, kann ich Ihnen sagen, das gute Stück hier macht richtig Sinn. Sie kommen zum Beispiel in Palma auf dem Flughafen an. Und ich werde irgendwie das Gefühl nicht los. Egal, welche Autovermietung man da nimmt, also egal, ob du die von Regine nimmst, also Sixt oder, oder, oder. Du stehst da und du hast zwar mit Navigation gebucht, ist leider aus. Ist ja aus. So, und dann machen Sie lange Nase. Und ganz ehrlich, Kartenlesen ist ja eine schöne Sache. Oder ist ja nicht so aktuell. Ist ja nicht so aktuell. Und da haben wir die Möglichkeit jetzt zu sagen, wir haben ein Touchlet für Sie, mit dem Sie, wir haben eben drüber gesprochen, mit GPS auch navigieren können. Und so sieht es aus, wenn Sie das Ding dann im Mietwagen ganz einfach anbringen. Finde ich toll. Sollten Sie gleich mitnehmen und nimmt zum Beispiel im Handgepäck nicht viel Platz weg. 12,26 Euro. Und gucken Sie mal, wir machen es nochmal ab. Das kleine, gute Stück. Einfach ins Handgepäck tun. Also dieser Halter und egal, wo Sie Urlaub machen, Sie haben dann die Möglichkeit, eine einfache Prepaid-Karte überall in einem Telefongeschäft zu kaufen. Geben Sie 10, 20 Euro aus und schon können Sie sich sicher und vor allem gut navigieren lassen. Einfach mit der Saugnapftechnologie anbringen, zack und schon ist alles gut. So, drücken, ansaugen, fertig. Sie können übrigens auch ganz einfach mal, wenn Sie mit der ganzen Familie das Hotelzimmer bezogen haben, den Halter auch mal gerne an einem Hotelzimmer, an so einem Fenster oder an der Tür festmachen. Und dann natürlich wie mit einem Stativ auch Fotos schießen. Vom Hotelzimmer mal alle drei, alle vier, die im Hotelzimmer sind, festmachen. Das ist genial. 12,26 Euro ist kein Preis dafür. Ehrlich nicht. Und die Bestellnummer ist hier die PX2824, die 569. Und wir wollen es Ihnen mal kurz zeigen, denn das hält natürlich auch an jeder glatten Oberfläche an der Tür. Also haben Sie gleichzeitig auch noch so ein kleines Urlaubsstativ dabei. Und das ist absolut genial. So, jetzt grinsen, Selbstauslöser und schon geht's los. Das heißt, Sie sehen, wie flexibel wir einfach sind. Und das für das kleine Geld, bestellen Sie es einfach dazu, ist aber nicht nur für unsere 7-Zoll-Tablets gut, sondern wir gehen ja weiter in der Größe. Und damit kommen wir dann, ja, könnte man eigentlich sagen, zu unserem Gerät. Und das ist eben genau das Tolle. Sie sehen es, es haftet wirklich überall. Raumfest. Egal ob jetzt an der Hotelwand, egal ob auf Kacheln oder wie Sie eben im Film gesehen haben, mit dem Auto. Dafür ist es natürlich primär gedacht. Und das Schöne ist, tun Sie mir bitte einen Gefallen. Selbst wenn Sie das Touchlet oder das Smartphone so als Navigationsgerät zum Beispiel im Urlaub benutzen wollen, sollten Sie bitte in Spanien nicht machen. Da kennen die wirklich kein paar Dornen. Das wird richtig teuer. Da können Sie so ein Touchlet aber gleich zweimal bestellen. Denn die Summe geben Sie garantiert aus plus den ganzen Ärger. Deswegen bitte den passenden Halter benutzen. So fliegt es nicht im Auto rum und so sind Sie auf der richtigen Seite. Jetzt legen wir sozusagen noch einen nach von der Größe her. Wenn Sie sagen, das war mir ein bisschen zu klein, Da sehen Sie es, X8 Quad Pro bedeutet natürlich 8 Zoll Größe. Und natürlich auch hier Vierkernprozessortechnik. Auch richtig rasend schnell und vor allem auch hier wieder mit GPS. Das heißt hier mobile Surfen mit UMTS und sich navigieren lassen. Finde ich einfach mal toll. Und da macht es natürlich auch Sinn, zum Beispiel sich genauestens mit dem Thema Urlaub zu beschäftigen. Denn wenn ich das gute Stück mitnehme, kann ich mich natürlich auch vor Ort einfach genauestens darüber informieren, was ich sehen will. Natürlich auch hier wieder variabler Speicher dank der Micro-SD-Karten-Technologie. Das heißt, Sie entscheiden, wie groß der Speicher sein soll. Und dann kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt den Flug, den du gerade suchst, gebucht hast, kannst du dir schön die Kopfhörer reinstecken oder den großen draufsetzen. Und dann guckst du dir einen Film an. Oder, oder, oder. Denn Sie entscheiden, was auf dem Speicher drauf sein soll. Finde ich toll. Das Geniale ist jetzt an dem X8 Quad Pro, dass wir auch da eine Sonderfunktion drin haben, die es sonst in der Größe bei Tablets gar nicht gab. Und deswegen haben wir uns das auch zugelegt. Wir arbeiten redaktionell auch damit. Ich habe es eigentlich jeden Tag dabei. Sie können nämlich auch mit dem X8 Quad Pro telefonieren. Und da kommt jetzt noch gerade bei uns, denn wir sind viel unterwegs dazu. Wir haben erstens mal, zu öfteren mal ein paar Präsentationen, wo wir einfach ein paar Zuschauern was zeigen wollen. Dieses X8 Quad Pro hat sogar noch eine HDMI-Schnittstelle. Das heißt, ich kann an jeden Fernseher, an jeden Beamer dieses Gerät anschließen. Allen Leuten entweder mal von einer tollen Urlaubsreise berichten oder von beruflichen Dingen oder, oder, oder. Wir können telefonieren mit einer SIM-Karte. Und ich habe gleichzeitig trotzdem wieder alle Möglichkeiten, hier wirklich mich jederzeit über alles zu informieren. Flughafen zum Beispiel. Wo wollen wir denn hin? Wir fliegen mal von Hamburg. Ja. Ja, also Kai kommt mich besuchen. Und dann geht's los. Wir wollen nach San Francisco und wir fliegen von Hamburg, richtig? Ja. So, heute ist jetzt morgen. Fliegen wir morgen mal? Machen wir. So, und los geht's. Und das finde ich das Tolle an der heutigen Technologie. Überlegen Sie mal, früher mussten Sie in Reisebüro, Sie mussten telefonieren, Sie mussten sich wirklich intensiv darum kümmern. Heutzutage mit so einem Gerät, egal wo Sie sind, da können Sie einfach das recherchieren, was Sie möchten. Und hier sehen wir, ja, den würde ich nehmen. Mehrere Airlines. Ja, 915 Euro. 6.40 Uhr in Hamburg los. Und dann, ja, finde ich super. Nehmen wir, und das finde ich einfach toll. Draufgehen und sagen, finde ich toll. Und schon kriegen Sie die Information. Hotel gleich dazu gebucht. Einfach super. Du sprichst jetzt gerade was an und da geht's auch darum. Jetzt möchte ich ein Last-Minute-Angebot buchen. So, wieder das gleiche Prozedere, du hast es gerade gesagt. Ich gehe zu meinem Verkehrsbüro des Vertrauens, die Zeit allein schon wieder ins Reisebüro. Bis dann irgendwas kommt, dann kriege ich das zugeschickt. Reisebestätigung etc. Alles Blödsinn. Machen Sie es selber. Überlegen Sie sich wirklich mal, wo Sie noch Geld sparen können. Und das Tolle ist ja heute mit den Tablets auch, ich kann ja jederzeit einen Preisvergleich machen. Die ganzen kompletten Applikationen, also Programme gibt es ja heute. Das heißt, ich, aber genau nur ich, habe sofort den Überblick und kann entscheiden, passt das genau jetzt in meinen Zeitplan rein? Ne, ich will lieber da zwei Stunden später fliegen, weil mit der Familie muss das koordiniert werden. Und das Schöne ist, will ich mal, früher hatte man die Möglichkeit zu sagen, ich gucke ganz genau im Katalog. Das heißt, da bist du auf die Katalogbilder angewiesen und du bist darauf angewiesen, welchen Katalog gibt dir die Reiseverkehrskauffrau. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel genau das Last-Minute-Prozedere durchgehen, überlegen Sie mal, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, Berlin. Also da gehen Sie auf den Flughafen und dann gucken Sie sich die Last-Minute-Schalter an. Überall sind Schlangen. Und ganz ehrlich, ist das jetzt genau der richtige Schalter? Und dann kriegt man ein gutes Angebot und dann sagt man, okay, nehme ich und vielleicht wäre es am anderen Schalter günstiger gewesen. Hier habe ich die Möglichkeit, genau wie wir, eben innerhalb von Sekundenschnelle genauestens zu recherchieren, was ist der richtige Flug. Hier habe ich gleich mehrere Angebote bekommen und hier kann ich dann auswählen, was passt mir persönlich am besten. 189,91 Euro. Knaller Preis. Für dieses Gerät, mit dem Sie auch telefonieren können und das ist für mich das Wichtige. Bis zu sieben Stunden Akkulaufzeit ist eben hier schon mal eine Gewährleistung dafür, dass selbst wenn Sie jetzt transkontinental fliegen, also zum Beispiel von Frankfurt nach Boston, nach New York oder jetzt eben zu dieser großen Fußballveranstaltung, wenn Sie sich auf den Weg nach Brasilien machen. Sieben Stunden bedeutet, sieben Stunden Medien genießen. So wie Sie es da eben im Film gesehen haben, das macht dann einfach richtig Spaß im Flieger, sich sein eigenes Unterhaltungsprogramm zusammenzustellen. Ist mal toll. Versandkostenfrei, denn ab 150 Euro senden wir Versandkostenfrei. Und wenn Sie das 8-Zoll-Gerät toll finden, das ist wirklich toll, kann ich Ihnen sagen, brauchen Sie eigentlich nur diese Bestellnummer, PX8841 und die 569 und die Telefonnummer 0180 51 51 3 mal die 2. Und das ist ganz wichtig. Und jetzt kommen wir zu der Tasche, die sich derzeit zum absoluten Renner für unser X8 Quad Pro entwickelt. Auch kein Wunder. Wir haben eine Top-Außenhülle für unsere Rückseite, unseres X8 Quad Pro mit einer Aufstellerfunktion, hochrobust in Kunststoff gemacht und gleichzeitig noch eine komplette Tastatur mit dabei. Anna hat sie sich zugelegt, als Erste sogar. Ich habe es mir auch sofort geholt, Frau Kosch, ich habe mir sie auch sofort geholt, denn ich kann mit der wirklich arbeiten, wie mit einem erwachsenen Laptop auch. Es ist absolut perfekt stoßgeschützt, unser X8 Quad Pro. Ich habe alles drin, was ich brauche. Ich habe keine Kabelei mehr, denn hier haben wir Bluetooth im Gerät mit Telefonieren. Natürlich auch genial. Und ansonsten haben wir alle Möglichkeiten, hier definitiv so zu arbeiten, wie wir uns das auch vorstellen. Also ich kann es Ihnen nur wärmstens empfehlen, denn da haben Sie eben Ihr kleines X8 Quad Pro mit Telefonfunktion und natürlich auch navigieren zum perfekten Laptop gemacht. Einfacher geht es nicht. 28,41 Euro finde ich ein Knaller, denn es gibt viele, viele, Entschuldigung, sehr teure Taschen dafür. 50, 60, 70, 80 Euro. So, bitteschön. Hier, schauen wir uns das doch einfach mal an. Und vor allem das Schöne ist, fertig mit Arbeiten bedeutet nichts anderes als zuklappen. Und dann, zack, mitnehmen. Und das finde ich das Schöne. Sie haben wirklich was Schönes, Robustes in der Hand. Und wenn es tatsächlich mal runterfällt, die Ecken hier sind wunderbar geschützt. Gucken Sie mal. Das ist wirklich toll. Hier ist Ihr Touchlet richtig gut verpackt. Hier ist Ihr Touchlet richtig gut aufbewahrt. Und das Ganze für 28,41 Euro. Kabellos verbinden. Bluetooth. Und jetzt überlegen Sie mal. 28,41 Euro für eine Tasche inklusive Tastatur. Bluetooth-Tastatur. 28,41 Euro. Also in einem Technikgeschäft, ganz klar, Sie garantiert für so eine Neopren-Reinschiebetasche mehr als das, was Sie hier jetzt bei uns für diese tolle Kombination aus Aufsteller, Tastatur und Schutzhülle bezahlen. Und da sage ich, ganz ehrlich, zugreifen. Die EX5938 und die 569 ist da die Bestellnummer. Jetzt waren wir bei 7 Zoll, jetzt waren wir bei 8 Zoll. Und jetzt kommen wir zur gängigen, also zur großen Größe. Zum Klassiker. Zur 10 Zoll Größe. Und das gute Stück hat bei uns natürlich auch einen Namen. Und das heißt X10 Quad FM. Und das Ganze mit Android 4.2. Ganz wichtig, denn schon fortgeschritten, wesentlich schneller. Neueste Vierkern-Prozessortechnik drin, läuft also ultraschnell. Für alles das, was schnell gehen soll. Und das soll es heute im Internet, damit ich keine Zeit vergeude. Aber nicht nur, dass wir, das heißt ja FM, da ein richtiges FM-Radio drin haben, sondern es ist für absolut bezahlbares Geld, schauen Sie sich das mal an, fast der gleiche Preis wie für unser X8 Quad Pro. Eigentlich genau der gleiche, 189,91 Euro. Jetzt mal ein klassisches 9,7 Zoll Tablet, mit dem ich, und das finde ich so genial, tatsächlich auch noch telefonieren kann. Das heißt, wir haben jetzt in allen Größen und Bandbreiten unsere Tablets abgedeckt. Und ich kann auch damit telefonieren. Das bedeutet also, nie mehr zwei Geräte dabei haben, sondern effektiv am Schluss nur noch eins. Und das ein 9,7 Zoll Tablet, natürlich auch die entscheidenden Vorteile hat aufgrund der Displaygröße. Ist das natürlich absolut genial. Hier haben wir jetzt mal Highlights aufgemacht. Das ist jetzt eigentlich klassisch, ja, ich würde mal sagen, Zeitung lesen. Das ist das. Sie sind unterwegs und Sie verpassen nichts. Sie müssen nicht mehr zum Beispiel im Urlaub eine deutsche Zeitung suchen, wenn Sie up-to-date sein wollen. Sie kriegen alle Informationen gebündelt. Zum Beispiel hier, Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Zeit-Chefredakteur. Bumm. Das alles sofort öffnen und schon geht's los. Drauf drücken. Drücken mal drauf. So, wollen wir lesen. Und fertig. Das ist eben toll. Vier-Kern-Prozessor heißt natürlich nicht nur schnell Zeitung lesen, sondern Spielen macht damit auch richtig Spaß. Medienunterhaltung macht richtig Spaß. Und wenn Sie sagen, gut, wo kriege ich Spiele her und so weiter und so fort, zeigen wir Ihnen gleich. Suchen Sie sich einfach Ihren persönlichen Geschmack aus. Suchen Sie das aus, was Sie haben möchten. Und dann geht's schon los. Gehen Sie einfach in eben den Playstore, so heißt das. Und da suchen Sie dann aus Filme, Spiele, Unterhaltungsprogramme, all das. Wenn Sie zum Beispiel im Flieger sitzen oder im Zug, macht das richtig Spaß. Du machst es ja auch. Ich mach's auch. Und das Schöne ist, bei uns ist es so, also bei uns bedeutet nicht, dass wir die zusammenbauen, sondern bei uns hier bei Pearl TV. Bei diesen Produkten heißt es, Sie entscheiden sich nicht beim Kauf dafür, wie groß der Speicher sein soll, sondern via Micro-SD-Karte bis 32 Gigabyte können Sie dann den Speicher erweitern. Und da können Sie einfach mit einem Gramm so viel wie ich so denken. Kannst du ja einfach alles mitnehmen, was du willst. 32 Gigabyte bedeutet knapp 1000 Bücher, ungefähr noch mehr. Eine Folge in richtig guter SD-Auflösung, legal gekauft, zum Beispiel von The Mentalist. Kostet, wenn du nur 89 Fennig, 89 Cent bezahlst, sind 500 MB. 500 MB, rechne das mal aus. 32 Gigabyte, da können Sie aber wirklich alles mitnehmen. Da sind Sie mal richtig auf der sicheren Seite. Und dann einfach durchtauschen, Fotos auf ein anderes gutes Stück speichern, wie ich da nur ein Gramm in der Fassentasche einfach mitnehme. Finde ich toll. 189,91 Euro. Das ist eine Preisersparnis von 53 Prozent. Und das Ganze versandt kostenfrei. Denn ab 150 Euro kommt das Gutsstück. 48 Stunden, zwei Tage brauchen wir. Und natürlich, wenn Sie jetzt sagen, Moment, ist schon Ende des Monats, aber ich hätte das gute Stück gerne. Ich habe nämlich eben schon den Urlaub gebucht. Dann sagen wir Folgendes. Es ist eine Finanzierung möglich zu 0 Prozent. Das Ganze erklären Ihnen gerne die jungen Damen und Herren im Callcenter. 0,1, 8, 0, 51, 51, dreimal die zwei. Und dann zahlen Sie ganz entspannt in drei Raten und das Ganze mit 0 Prozent. Da sehen Sie, so schnell sieht das zum Beispiel aus, wenn man spielt. Unser Kollege hier, ein bekennender Fußballfanatiker. Da sehen Sie, wie er strahlt. Und das ist eben genau der Punkt. So macht Spielen Spaß. Das ist der Joystick. Und schon lässt er Messi oder wen auch immer über den Platz laufen und sagt so, ich spiele einfach mal. Und Spielen zum Beispiel, wenn man lange unterwegs ist, egal ob jetzt im Zug oder im Flieger, macht natürlich richtig Spaß. Sehen Sie, zack, da schießt er mal ein Tor. Und das heute in der Animation. HD-Display von der Auflösung. Macht natürlich richtig Laune. Ich möchte noch mal kurz auf das Thema Urlaub zurückkommen. Sie haben natürlich auch, wenn Sie im Hotel sind, und ich habe vorher gute Bewertungen von anderen Urlaubern gelesen, das ist auch ganz toll, gab es ja früher nie. Ich bin dann immer aufs Geratewohl ins Hotel und der im Reisebüro hat gesagt, super tolles Hotel, weil er natürlich ordentlich an der Reise verdient hat. Dann sitze ich da in so einem Hotel, Wasser geht nicht und sowas braucht es auch nicht. Und wenn Sie dann sagen, nee, Hotel war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, können Sie natürlich auch Ihre eigene Bewertung abgeben oder natürlich sagen, ey, das Hotel war wirklich so wie beschrieben, tolle Sache, können Sie vom Urlaubsort aus machen. Aber auch hier wieder die Möglichkeit, mich navigieren zu lassen. Jetzt wird es ja richtiger Luxus. Das haben wir größtenteils ja Luxusautos noch nicht immer mit 9,7 Zoll. Telefonieren. Telefonieren. Und das überlegen Sie mal. Fotografieren. Ich nehme es mal ganz kurz hoch. Wir reden hier von 10 Zoll. Und 10 Zoll telefonieren. Gut, ich gebe Ihnen jetzt völlig recht, wenn Sie jetzt sagen, Moment mal, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Aber Bluetooth ist der Stichwort. Und dann einfach das Headset und das Tablet legen lassen und telefonieren. Finde ich wirklich ein tolles Paket. Und vor allem nochmal unter 190 Euro für ein 10 Zoll Gerät, mit dem Sie telefonieren können, wo Sie variabel den Speicher wählen können. Und Sie können ganz bequem in drei Raten mit 0% finanzieren. Und das finde ich toll. Sollten Sie sich jetzt wirklich gönnen. 0180, 51, 51, 3 mal die 2. Jetzt kommen wir zum Thema, was wir Ihnen gerade bei den ersten beiden Tablets auch schon gezeigt haben. Wenn Sie sich jetzt mal so richtig auslassen wollen, und zwar hoffentlich im positiven Sinne über Ihr Hotel, dann haben wir auch hier wieder für unser X10FM eine supergeniale Schutztasche. Wieder eine komplette Tastatur mit dabei, mit Softtasten. Lässt sich auch wirklich von der Tastengröße perfekt bedienen. Und das Einzige, was Sie machen müssen, ist dieses Micro-USK-B-Kabel hier nehmen und dann mit unserem Tablet verbinden. Jetzt muss ich einmal kurz nach links gucken. Zack. So einfach ist das angesteckt und verbunden. Und damit funktioniert, Sie sehen es, mit der Escape-Taste sofort alles. Ich bin wieder im Hauptmenü zurück. Ich habe das ganze Display für Nutzen. Und egal, ob ich jetzt beruflich oder privat ein paar mehr Sachen schreiben will, vielleicht einen kleinen Kommentar auf Facebook zu meinen klassischen Fotos. Ja, das Foto verschicken. Denn natürlich mit unserem X10 können wir auch Fotos machen. Es sind auch zwei Kameras verbaut. Das heißt, auch hier die Urlaubspostkarte, Ihre persönliche, individuelle Urlaubspostkarte können Sie damit natürlich dann auch ganz einfach verschicken. Das ist genial, was heute möglich ist. Gelegte das mal. Eine E-Mail schreiben. Mir geht's gut. Bestens. Hier ist das Wetter super. Bei euch regnet es. Alles klar. Danke. Denn auch so können Sie natürlich ganz einfach mal googeln. Wie ist das Wetter zu Hause? Wie ist das Wetter im Bugging? Ja, das ist zum Beispiel genau der Punkt. Sollte ich einfach jetzt mal mitbestellen. Denn eine Tastatur in Form einer Schutzhülle, also einer Tasche für 28,41 Euro gibt's doch nicht. Also meiner Meinung nach wird das schwer, so was zu finden. Es sei denn, bei uns, und dafür haben wir auch eine Bestellnummer, die PX8818 und die 569 ist hier die Bestellnummer. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, ich möchte gerne was schreiben, dann können Sie das so machen wie mein Kollege. Mit dem Touchlet. Oder Sie schreiben jetzt auf Callcenter, Callcenter, Doppelpunkt, 018, 051. Wir haben für Sie einen absolut genialen Eingabestift. Und zwar sieht er aus wie von einem französischen Hersteller, bei dem die Kugelschreiber äußerst teuer sind. Wirklich von der Form her, wunderschön gemacht, in Silber mit Schwarz, einen 3 in 1 Kugelschreiber. Erstens mal, das haben Sie gerade gesehen, habe ich tatsächlich hier auf meinem Display damit rumgetippt. Denn wir haben da, wo normalerweise Kugelschreiber an- und ausgedrückt werden, auf der Rückseite hier so einen kleinen Gumminüppel dran. Und der ist eben so sensitiv, dass der eben wunderbar mit unseren Touch-Displays funktioniert. Also wer jetzt auf klassischer Eingabe steht oder eben nicht ständig die Tabser auf dem Display haben will, der arbeitet ganz einfach damit und tippt mal. Das funktioniert genial. Gleichzeitig, wie Sie es bei Carsten gesehen haben, ist es natürlich auch ein klassischer Kugelschreiber. Liefern wir übrigens auch eine zweite Mine gleich mit, wenn die erste mal leer sein sollte, damit Sie gleich weiterschreiben können. Aber das Geniale ist, Sie können diesen Kugelschreiber auch auseinanderziehen. Und was heute jeder braucht, wenn er ihn dabei hat, ist ein kleines Massenspeichergerät, die sogenannten USB-Sticks. Und die haben wir hier in unserem Kugelschreiber auch noch mit drin. Und zwar sagenhafte 16 GB Speicherplatz. Das sieht kein Mensch. Das ist perfekt aufgeräumt. Ich habe immer einen 3-in-1-Stift dabei. Und sowas kostet gut und gerne mal in einem Fachgeschäft 70, 80, 129 Euro, habe ich übrigens vom Preis her auch schon gesehen. Vor allem das Schöne ist ja, ich habe es deswegen eben mal ausprobiert und Ihnen einfach mal gezeigt, dieser Kugelschreiber gleitet über das Papier. Und das ist nicht irgendwie ein billiger, normaler Kugelschreiber, den man so kennt, diese Werbegeschenke, wo man so kratzt, sondern hier macht es einfach richtig Sinn zu sagen, ich habe einen richtig tollen Kugelschreiber, der sich hinter qualitativ teuren, also diese berühmten Markenhersteller Kugelschreiber, so, der muss sich da nicht verstecken. Und das Ganze liegt gut in der Hand. Der macht Spaß damit zu schreiben und ich kann damit zum Beispiel schön mein Touchpad bedienen. Aber ich habe auch noch ein Speichermedium drin und alleine der USB-Stick mit 16 GB, der wäre schon andernorts richtig teuer. Hier habe ich die Möglichkeit für 18,91 Euro zu sagen, ich habe ein 3-in-1-Kombigerät und das macht richtig Spaß. Damit zum Beispiel, so wie Sie es gerade im Film sehen, Fotos zu bearbeiten, finde ich toll, denn jetzt haben wir, klar, im Urlaub Fotos gemacht, wollen die verschicken, aber da ist jetzt irgendwas drauf, was wir nicht unbedingt haben wollen. Oder es ist ein Schatten oder, oder, oder. Und dann nehmen Sie einen Finger und müssen es so bedienen. Wir müssen darüber arbeiten, da können Sie wirklich punktuell genau arbeiten. PX 98, 74 und die 569 ist für unser 3-in-1-Speicher, Kugelschreiber und Berührungskomputer, Bediengerät ist einfach ein toller Preis. Das war jetzt eine gute Aussage. Wenn wir ein 10-Zoll-Gerät haben, Kai, dann können wir damit telefonieren. Wir können es nur nicht ans Ohr halten. Das ist das Thema. Und wenn beim Auto sitzen ist, natürlich auch immer ein bisschen kritisch. Erstens mal, weil es zu groß ist. Und zweitens, wenn die Polizei das sieht, hältst du sie nicht nur an, sondern auch für irre, weil ich so ein Ding da am Ohr habe. Wir haben, und das finde ich ganz witzig, so Andenken an die Handyzeit, jetzt ein Headset für Sie, das sieht tatsächlich aus wie ein kleines Handy. Das finde ich ganz witzig. Wer so etwas Lustiges sucht, der sollte sich hier von Sim Valley unser 2-in-1-Handy- und Bluetooth-Headset besorgen. Das ist total klasse. Das sieht wirklich aus wie so ein kleines Smartphone aus den 80er, 90er Jahren und ist ein komplettes Headset mit Freisprechfunktionen, Musikhörfunktionen, alles drin und sieht richtig gut aus. Aber, und das ist jetzt für mich der Knaller, ich könnte rein theoretisch damit mein Smartphone oder mein Touchout verbinden. Ja. Ich kann damit aber auch ohne alles telefonieren. Jetzt wird es interessant. Das ist ein richtiges Telefon. Das sieht nicht nur aus wie ein kleines Handy von früher, so Ende der 80er, Anfang der 90er, sondern das ist ein richtiges Telefon. Jetzt gucken Sie, ja, ist so. Wir reden von einem Dualband-Handy und das ist auch vertrags- und Simlock-frei. Und da haben wir es für Sie mal vorbereitet. Es ist einfach mal ein Knaller. Sie haben hier, gucken Sie mal genau hin, Sie können darüber wählen, Sie können darüber annehmen, Sie können SMS sogar damit schreiben und das finde ich einfach mal ein Knaller. Wir reden von einem richtig vollwertigen Handy, was Sie auch als Headset benutzen können. Überlegen Sie mal, andernorts würde ein Headset schon richtig Geld kosten. Hier habe ich aber die Möglichkeit, beides in Kombination zu haben. Und überlegen Sie mal, Ihr Telefon geht kaputt oder Ihr Telefon ist leer. SIM-Karte rausnehmen, in Ihr Headset rein und schon haben Sie ein vollwertiges Telefon. Jetzt kommt noch was dazu. Es ist natürlich auch das perfekte Handy für mal nachmittags unterwegs, spazieren gehen, Sport machen, sonst irgendwas, weil so klein wie das hier ist, kriege ich es nirgendwo unter Urlaub. Und dass das auch funktioniert, das wollen wir Ihnen nach dem Film gleich mal zeigen. Denn wenn ich jetzt hier mal auf die Auflegen-Taste drücke, dann geht hier tatsächlich das komplette Display an. Und ich kann hier auch wirklich die Nummern eingeben. Ich habe natürlich die Menü-Funktion, kann hier überall durchgehen. Das ist ein Knaller, das ist das Geschenk meiner Meinung nach für jeden, der irgendwie ein witziges Gadget sucht. Das ist ein Traum, echt. 59% Preiserspannung. Der Hersteller hat gesagt, unverbindliche Preisempfehlung 69,90. Hier jetzt 28,41 Euro und Kai zeigt es Ihnen gerade. Es ist ein vollwertiges Telefon. 25 Jahre Pearl bedeutet 25 Jahre Innovationen zuerst erleben. Und das ist für mich so eine Innovation, die es wirklich in sich hat. Denn ich habe ein Headset, das kann also mit jedem Telefon gekoppelt werden. Oder ich lasse mein Telefon, mein Touchdown einfach zu Hause und habe ein wunderbares, funktionierendes Telefon. Jetzt sind wir noch weiter als in der Zeit in den 90er Jahren, wo die Handys dann immer kleiner wurden. Denn das ist mal gerade so groß wie ein Zeigefinger. Und es ist ein vollwertiges Handy. Ich finde das genial. SIM-Karte rein und schon los geht's. Hier ist unsere Telefonnummer. Und ab jetzt wissen Sie auch im Urlaub und vorm Urlaub, wo Sie am günstigsten hinkommen. Viel Spaß bei der Reise.